So, dann geht's jetzt mal los. Hulala! Okay, dann hack mal. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind Sie, sind Sie blind wie der Rest? Ähm. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Weg neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ja, das glaube ich aber auch, ne? So, erstmal speichern. So. Klack. Kapitel 5, tödliche Hingabe. Hm. Wo geht's lang? Da geht's lang. So. Ich hab gestern irgendwie irgendwas getippt. Dachchen. Ja, ich glaub, das mach ich nicht mehr. Lass mal, Cutter. Na, komm. Oh Gott. Oh Gott, nee, oder? Dachchen. Lass mal Energie und Strahlen. Energie, okay. Kann ich beides brauchen. Und nachladen. So, jetzt haben wir ja schon mal zwei gefunden, die uns da nicht haben wollen auf diesem Sektor. Stasen-Modul. Stasen-Modul. Ja, Stasen kann ich eigentlich aufladen. Und nachladen. Ja, komm schon. Ja, komm schon. und gar nicht hier die weichste schon mal und das so vertraut vor für das wie ich nicht die strahlen kann man es doch auch eine werkbank schön schön schöne sache also kopf hat sich für gestern dann machen wir doch noch ein bisschen mehr um ich wollte energie da war ich muss nicht als sehr verwendet das ist jetzt ein Sympols gewährt dran ich meine höhere Kapazität ich beworbe nun immer einen einen Energieknoten auf da hinten an der Wand da kann er uns gar nichts tun Achtung das ist mal Schluss hier Neff Nerv Och, bin ich Wow Hier habe ich nur das gemacht Ich habe gestern irgendeine Taste gedrückt auf meiner Tastatur die sofort einen MediPack eingesetzt hat Magie würde ich gerne wissen Ok, da ist das Da ist die Mission Da ist das Da ist die Ja, komm schon Am Komma, Punkt Strich Nö 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 Wunderbar Wunderbar, gar nicht so lang Nö Und jetzt Nö 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 So. Uuh. Okay. Speichern. Jawohl. Ey, abspeichern. So. Das muss ich jetzt alles mit der Tostentür steuern. So. Dann geht's jetzt da weiter. So. Dann wäre auch hier abgespeichert. Bevor ich jetzt da rein muss. Du gefällt mir nicht. Du gefällt mir nicht. Geht noch was ab. Irgendwas muss das noch aufgehen, oder? Ja, der Arm. So, ich hab dich gerettet. Keine Muni mehr für Plasma-Energie. Okay, 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 dann... Weißen wir ja, was wir das nächste Mal kaufen, wenn wir irgendwo hingehen. Und dazu ist es. Da kommt jetzt was. Also wenn's denn... Oh mein Gott. Die springen jetzt aus den Fensteren, oder? Energikanone. Tag, mein Freund. Tag, mein Freund. Da gibt's noch was zu öffnen. Da gibt's noch was zu öffnen. Da gibt's noch mehr Impuls-Energie. Ähm... Achtladen. Wenn ich da jetzt irgendwas mache, springt das zieh ich da aus dem Fenster. Deine Frage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist befindernswert. Aber seht los. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung unserer Spezies. Ich bin nicht der einzige, der Sieg und Land hat, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren können. Wir hören Sie auf, herumzulaufen, überhaupt zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Verstanden wir, nur die Nachkaufe der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Warum habe ich das gewusst? What the? What the fuck? Halleluja! Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde doch bloß. Mach schon! Ja, wo? Wo soll ich hin? Hallo. Hallo, boyfriend. Halleluja! Wo muss ich hin? Renn, 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 renn! Renn doch! Renn doch, renn doch! Renn, 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 renn zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen, aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben nie anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Er versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert. Ist da jemand? Wiederhole, Händler, komm! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht in den Mitten reingelaufen. Oh mein Gott, ist das eklisch. Ist das eklisch, Leute? Na, die mache ich meinen Impulsgewerblatt. Wiederhole, Händler, komm! Ich habe mich nicht mehr als Timmeln. Und zum Hintergrund steht. Ich habe die Hypo-Station, Station, Station, Station. Sieht übel aus hier unten. Ich kann die Taube atmen. Dieser organische Stoff ist überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Und hier, da ist. Ich bin nicht in den Mitten reingelaufen. was mit dem Sound nicht in Ordnung. Ist da jetzt mal Ruhe? Ach Gott, ich sehe das. Ich sehe echt alles. Jetzt habe ich zwei, also dann machen wir durch. Warte. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr Schaden. Das ist ein Kunstgewehr. Aber bis ich da bin, oh Gott. Da muss ich jetzt lang. Da lang. Da ist wahrscheinlich nichts mehr. Nein, sieht nicht so aus. Komm schon. Bezweifelt, dass es so ruhig bleibt. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunden, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Junge, äh, Weibel, der ist Hammond, der ist anscheinend immer. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der sein letztes Wort gesagt hat bei dem Funkspruch. Okay, kurze Pause. Hallo Leute! Und erstmal vielen Dank dafür, dass ihr dieses Video komplett angesehen habt. Für den Fall, dass es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch oder auf mag ich klicken. Ihr könnt dieses Video auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken teilen. Ihr könnt dieses Video auch zu euren Favoriten hinzufügen. und wenn ihr überhaupt keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Ich versuche weiterhin Videos zu machen in geregelten Abständen und ich hoffe, ihr bleibt auch bald. Und wir sehen uns spätestens morgen bei meinem nächsten Video und bis dahin. Tschüss, euer Gerhard.